das ist ja schon wieder ein vogel bei uns die können wir auf den grill hauen ich habe schon gekillt wir brauchen eigentlich noch eine kleine kiste können wir die rohmaterialien so die kochrohmaterialien und dann einmal fertige futteralien da rein tun ja ich wollte das sowieso sortieren da kommen noch ein paar kisten zu und soll ja auch noch ein lager geben so jetzt noch mal ein metall jetzt packen wir erstmal alles wieder weg das problem ist zum beispiel für die federn kannst du schon fast eine eigene kiste anlegen so kommt erstmal der rohe fisch hier rein so war ich noch zwei schrott und eine plantin ach so ich habe ja kein hart an ihr trotz sport sport wird gerade sagen kann ja mal eine runde tauchen gehen aber macht doch wasser ich brauche ein harken erstmal ja den kriegst doch mit planten hin ja und kunststoff na ja genau in der kiste die du auch was das nix brauche ich denn dafür ach so ich brauche noch ein popel so dann tun wir das einfach hier rüber ja ich bin am tauchen cool ich muss trinken manchmal auch am rauchen beim tauchen ja ich bin am tauchen cool ich muss trinken manchmal auch am rauchen beim tauchen auch da muss man auch jedes mal noch anfangen das ist ja blöd wenn der heilig erwischt hat das sind auch nicht okay die stein was haben wir noch sand thomern an vérkiste tun ja dritte ist eine batterie wo sie den schrott jetzt hin getan was hatten schon bei dir ja Ja, warte, warte, warte. Nee, 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 alles gut. Nein, nein, jetzt mittlere Teste. Mittlere, bitte. Ja, ich wollte ja... Scheiße. Ich hab's da ins Wasser getrunken. Das ist doof. Ich glaub, wir fahren jetzt erstmal weiter, will er, ne? Warte. Hi, irgendwo. Hi, irgendwo. Ja, oh, komm, schnell, schnell, schnell. Zu spät. War der jetzt tot? Nö. Der hat dein Ding ins Deck gerissen. Dein Netz. Ja, ich bau gleich neue. Oh, die Palme ist aber groß geworden. Die eine auf jeden Fall. Die kannst du noch nicht fällen, oder? Weiß ich nicht. Die kann ja eh nicht fällen. So, schauen wir schon, oder? Nee. Nee, noch nicht? Okay. Noch nicht fällig. Okay. Aber der Mangobaum. Echt? Wird der nicht größer? Schauen wir nicht. Nö, ne. Aber ich hab jetzt noch Palmsamen. Guck mal. Ich wollte was geguckt haben, genau hier. Batterie. Oh, da bräuch ich einen Kupferbarren. Dann kann ich eine bauen. Kupfer? Haben wir nicht gesammelt gehabt? Ja, ja, aber... Ach, braucht frisches Wasser. Wer braucht frisches Wasser? Das hier? Wer wässert? Ja, und mein Ding braucht auch meine Baume. Welche? Hatte ich denn sonst? Ja, hier. Die brauchen auch frisches Wasser. Wer wässert? Es ist interessant. Also es wird hier langsam. Ja. Ach, unsere Suppe ist wieder fertig. Und die kann ich direkt mal essen, weil ich hab Hunger. Und den Grill stellen wir jetzt gleich auch noch um. Weil das wird hier so als Küche. Okay. Ach so, ich sollte vielleicht auch mal trinken, ne? Oh, ich hab nix mehr zu trinken. Okay, das muss ich mal eben umstellen. Gleich. Weil sonst kann ich da kein... Kein, kein, ähm... Kannst du vielleicht nochmal jeweils Flaschen machen oder sowas? Ja, ich guck gleich. Dann müssen wir noch Popel fertig machen. Ach so. Ja, Popel... Ja, cool. So, aua. Kartoffeln kann ich hier auch ein tun. Ja. Ähm... So, ich wollte mir eben... Wo ist denn mein Hammer hin? Schau mal nicht. So viel verrate ich. Das ist, ich steh nicht, shop. So eine Flasche hin. Da. Oh, das ist ein Boot. Hau ab, du blöder Vogel. Und ich hab bei mir schon extra einen neuen, äh... Neues Paddel gemacht. Finden wir ja dann Blaupausen und all sowas. Tö, 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 tö. Blaupausen, Pause. So, sind wir angedockt. Oh, das ist wie ein Rude, blöder Hei. Hab alles, ciao. Ich hab sogar Schleimloch gefunden. Und Metall, Erz, glaub ich. Jetzt sind alle Rezepte weg. Aber irgendwie hab ich einen Bug. Echt? Ich hab 30.000 Mal das gleiche Rezept. Oh. Ja, ist ja nicht schlimm, die finden wir ja wieder nach und nach. Oh, also Rezepte ruhig hier wieder reinlegen, dann? Ja. Okay. Okay, die kann ich jetzt erstmal weg. Oh, hi. Hi. Also, du machst hier eine Unordnung drin, was? Ja, ich... Alter, ist das schlimm. Ich sortier das danach auch um, wenn ich... Boah. Hab ich jetzt eigentlich mal einen Hammer mit? Nein, den hab ich jetzt natürlich nicht. Batterie gleich noch, aber... Erstmal wollte ich... Möwenfleisch. Ach so, die ist tot. Ich kann grad sagen, die Möwen sieht so komisch aus. Was dann gut daran liegt, dass sie tot ist. Oh, wir sind ein Stein. Können wir noch mal ein paar Pfeile machen. Okay, den haben wir schon, den Verstopf. Gut, das ist der Rest aber noch weiß mit den Kartoffeln. Wie das war. Scharnier habe ich übrigens auch noch gefunden. So, zack. Ich hab jetzt eine Batterie. Cool. So. Warte mal. Ich versuch, das mal eben anders zu platzieren. Vielleicht mehr vor den Tannen oder so. Hm. Mal gucken, wie das funktioniert, das Ding. Ein Bäumchen. Ein Bäumchen wechsel dich. Mal gucken, ob ich die jetzt... Oh, ich kann die Pfeile jetzt. Okay, cool. Wird wieder planken. Topf. Ach so, ein Topf hat das. Springkabel. Ach so, Sprinkler. Springkabel. Und wie kann man das jetzt aktivieren? Benötigt Wasser, ja. So, mit Wasserflasche füllen. So, ist da irgendwie Wasser rein? Ja. Ja, mit Wasserflasche füllen. Äh, meine ist wieder leer, leider meine Wasserflasche. Ich brauche noch mehr Wasser, aber meine Palme ist jetzt gesprenkelt. Reicht? Ja. Cool. Mega. Irgendjemand hat die Wasserflasche wieder rausgenommen und nicht nachgefüllt. Äh, das war glaube ich nicht. Ja. Dann würde ich mir, weißt du, eben eine zweite Flasche wünschen, damit ich das schnell erfüllen kann. Ja, dafür brauchen wir aber Popels. Da sind doch zwei Stück schon drin. Reicht nicht. Wie viele Popels brauchst du denn? Vier. Ja, dann macht er welche. Popel kann man doch herstellen. So, da wollte ich jetzt. Auf dem Grill ist aber nichts mehr. Hast du Grill leer? Grill ist leer, ja. Also in höchstens Planken. Na gut, jetzt gleich wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe deinen Sprengler übrigens gefüllt bis oben hin. Okay, ich brauche eine Rübe. Eine Rübe? Ich schaue da gerne auf die Rübe-Hüsten. Ja, dann kann ich einen Fisch-Tropf machen. Achso. Äh, Kartoffeln habe ich. Aber keine Rüben mehr doch hier. Deswegen, ich muss dann nachher... Oh, Popel ist fertig, noch einer. Dann mache ich den nächsten Popel. So, wie war das jetzt? Äh, erstmal die Fischkes. Ähm, Kartoffeln und Rübe. Achso, der wässert jetzt aber nur genau davor, ne? Ja, genau. Aber der Wässer ist tot. Bin schon dran am Sammeln. Jetzt habe ich keine Planken mehr. Hilfe, Hilfe. Ja, Planken habe ich gleich. Hilfe. Ich schwimme hinterher. Grill aufstellen für der Vögel. Und für den Hai. So, dann machen wir natürlich für den kleinen Fisch. Dann machen wir mal eine Kiste fürs Zubereitete. Weil ich habe noch vier Hühnerkohlen. Äh, warte mal. Ich will Kartoffeln loswerden unter dir. So, äh, was braucht das für Planken, ne? Ja. Hinter dir. Danke. Ja, der springt jetzt halt immer nur die Palmen. Aber ist ja egal. Ja. Schon mal gut. Die sind am wichtigsten. Ist auf jeden Fall voll bis oben hin. Die Planken sind jetzt erstmal das wichtigste. Weil, guck mal, so haben wir jetzt schon von allem ein bisschen mehr, ne? Oh, stimmt. Da brauchen wir nur noch die Erze, die mich sammeln gehen. Und Grundstoff. Kunststoff ja auch. Ja. So, dann kommt hier eine Kiste noch für Rohmaterialien, eine für fertige. Dann brauchen wir noch eine für Samen. Kunststoff. Hi, 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 sie hat Samen gesucht. Ja, Kunststoff fangen wir ja mit den Netzen. Oder nicht? Was denn? Kunststoff fangen wir ja durch die Netze. Ja, ja. Machen wir mal eine Kunststoffkiste und eine Obstkiste, weißt du, dann einfach so ein bisschen eine Samenkiste. Und ja, ich habe Samen gesagt. Oh, ich habe Salz getrunken. Oh, scheiße, ich muss was trinken. Und die nächste Flasche mache ich jetzt sofort fertig. Ich angele. Oh ja, mit meiner Angel. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt nehme ich mal was Süppchen. Es liegt auch noch high auf dem Tisch, äh, also auf dem Grill. Ja. Es ist noch heiter. Einfacher Fischtopfen wir jetzt einmal. Zack, fertig. Jetzt kann ich ja wieder Suppe machen. Kannst du eben dazu? So. Ich brauche mal eben die Zutaten deswegen. Ich wollte mal eben nur ganz kurz hier den, äh, Fisch wieder. So. Äh, ja, wo alle Fisch reinigen? Außer die großen Fischsorten. Die brauchen wir nicht. Nee, nee, nee. Ich habe auch klein... Komisch, irgendjemand hat das Wasser wieder leer gemacht. Ich wollte doch... Ich habe doch gesagt, ich habe das gerade leer gemacht. Ich mache jetzt sofort eine Flasche. Gut, dass du mir zuhörst. Ja, von und zu. Ich brauche was Kunststoff. Ähm, irgendwie schwimmen wir nicht so ganz, wie geplant, ganz zu der Insel, oder? Ähm, ich brauche Kunststoff. Toll, jetzt kriege ich, finde ich keinen Kunststoff. Ja, ich gebe dir sofort... Warte, eins, zwei... Du, 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 du... Wir schwimmen zur Insel. eigentlich sind wir jetzt schon doch recht gut ausgestattet was naja kannst du dich eben schon mal an dem haken anker gegeben ja muss man was sagen wir brauchen nur erz wir sollten vielleicht noch ein paar große für die erze und so für große kisten johann raus wasser und vielleicht sollte man noch einen schmelzofen machen nein ich habe salzwasser getrunken ich habe noch elf grundstoff wenn du brauchst ja ich habe ich habe jetzt warte mal eine leere flasche tue ich dann hier so erstmal irgendwo rein weil ich mache gleich auch eine wo dann sowas wie becher und so hinkommen und wir bräuchten sollten vielleicht doch noch mal eine schmelzdinges bauen im zweiten dann kommen wir die ganze zeit parallel immer sachen schmelzen so ich brauche auch mal eine axt dann kraftet ihr eine stein und stein und und planke die planke gebe ich dir ja die ganze zeit weil du ja am rumholen bist die branke ohne planke ich habe wieder keine planken wobei wir glaube ich eh falsch machen ich glaube wir sollten eigentlich immer erst nach sachen tauchen nach hochstoffen tauchen und dann wenn der das stimmt das ist nur gut hier denn der hai und ein paar mal erwischt hat das ganze glaube ich besser dann auf der seite schon mal nix au außer heißer au ist gut okay jetzt muss man einfach fertig an alter der hat mich aber gut wunder geklatscht ja gut dann gehe ich jetzt runter da wo bist du jetzt noch oben bist du oben ja das war mir klar so dann siehst du ja wo ich gerade her gekommen bin da musst du hin alles andere bringen nämlich nix so habe ich jetzt nicht gesehen aber ich sehe ja wo vegetation ist hier auf jeden fall nicht ah ok hängematten bringen noch mehr dafür baust du fehlern wir sollten uns hängematten machen machen ja die bringen uns nämlich noch mehr gesundheit eigentlich hinter der insel da ist vegetation ja ja auf der anderen seite wahrscheinlich hast du alles schon weg gemacht ah nee du hast wo ist deine axt denn die habe ich bei warte kommt zu mir ich bin noch auf der insel ich habe aber alles auf eigentlich aufs boot gelegt das heißt du könntest ja auch eine machen weil meine axt ist auch schon gut damaged aber hier während ich voll heile besser mal eben schon mal ein paar steine bringe ich jetzt auch mal mit da haben wir nicht gerade viel von da wollte ich immer für meine dings braucht okay jetzt hast du ja auch keine axt dann muss ich doch mal eben deine kraften gehen